Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannig-Bichler, ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Weihnachten steht vor der Tür und jeder von uns möchte fröhliche, besinnliche und friedlich Festtage mit der Familie und mit Freunden verbringen. Wenn dann die Tanne schief aufgestellt worden ist, das Essen anbrennt oder das Geschenk nicht gefällt, gibt es statt Weihnachtsfrieden den Krach unterm Baum. Warum man sich gerade an den Feiertagen in die Haare kriegt, ob man sich mehr mit den Eltern, dem Partner oder den Schwiegermüttern streitet und was man tun kann, damit ein Streit nicht völlig eskaliert? Darüber sprechen wir heute mit der Klinikvorständin, Universitätsprofessorin Dr. Eva Reininghaus von der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Herzlich willkommen, liebe Frau Doktorin Reininghaus. Ja, danke für die Einladung. Wird an den Weihnachtsfeiertagen tatsächlich mehr gestritten als sonst? Ja, also man muss sagen, es wird tatsächlich sehr viel gestritten in den Weihnachtsfeiertagen. Es ist einfach die Erwartungshaltung und das, was sozusagen die Leute von Weihnachten, ja, zu Weihnachten fühlen, sich denken, es wird ein ganz schönes Fest werden und dann ist oft die Enttäuschung relativ groß, wenn nicht alles so hinhaut, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Das heißt, es ist wirklich ein Thema, das Streiten. Und man hat sich so angeschaut in Studien, dass so ein Viertel bis ein Drittel der Menschen zu Weihnachten tatsächlich mit Partner, Partnerin oder den Eltern dann wirklich einen Streit haben. Warum kracht es immer zu Heligabend? Ja, das ist eben genau dieses Thema. Wir haben alle irgendwie so das Gefühl, war Weihnachten, das wird schön sein. Es ist ja so ein schönes Gefühl, man hat eine totale Vorfreude. Das geht ja den Kindern so, aber es geht ja in Wirklichkeit den Erwachsenen genauso und man möchte irgendwie ein schönes Fest haben und es ist einfach so ganz was Besonderes im Jahr. Und natürlich, umso mehr Erwartung ich dann an etwas habe, das kennt man ja auch von ganz vielen anderen Situationen, umso perfekter muss es halt dann zu dem Zeitpunkt auch sein. Und wenn das dann halt nicht alles so eintritt, wie man sich es vorstellt und die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass nicht immer alles genauso läuft, wie man sich es vorstellt, dann, ja, kommt es halt zur Enttäuschung, dann ist man irgendwie frustriert und dann ist natürlich Streit viel leichter vorprogrammiert. Und ja, was man halt sagen muss, es sind dann oft auch so Konstellationen, die man sonst unter dem Jahr überhaupt nicht hat im Alltag. Das ist ja keine Alltagssituation, sondern es ist eine Situation, wo plötzlich Menschen zusammenkommen, die oft sonst nicht so viel Zeit miteinander verbringen. Mit wem streiten wir mehr? Mit Eltern, mit den Geschwistern, mit den Kindern oder mit den Partnern? Puh, das ist jetzt ganz schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich relativ ausgeglichen, mit wem man mehr streitet. Und das kommt sicher sehr auf die Familienkonstellation an. Also es kommt wahrscheinlich darauf an, ob ich jetzt alleine bei den Eltern sitze oder ob ich mit dem Partner dort sitze, mit der Partnerin, wenn es kleine Kinder sind, wenn es erwachsene Kinder sind. Also das kann man, glaube ich, so allgemein nicht sagen. Was sind die klassischen Themen, über die gestritten wird? Und was stresst uns zu Weihnachten besonders? Über was wird gestritten? Oft einmal beginnt das Ganze mit der Situation zum Beispiel, wie die Leute angezogen sind. Das ist natürlich ein sehr unterschwelliges Thema, aber es ist ganz wichtig, ziehe ich mich schön an, zum Beispiel zu Weihnachten bin ich mit einem Kleid dort oder gehe ich mit der Gin oder wo vielleicht ein Loch noch drinnen ist. Das könnte zum Beispiel Eltern, die da ganz eine andere Tradition haben, zum Beispiel stören. Das sind oft schon so kleine Konfliktthemen, die vielleicht noch nicht zum Streit führen, aber vielleicht schon einmal zu so Worten, wo man schon ein bisschen ein ungutes Gefühl bekommt. Dann ist natürlich die Vorbereitung, das Essen, das ist natürlich ein großes Thema. Das heißt, wer bereitet was vor, wer bringt was mit, wer macht dann vor Ort, wer richtet den Tisch her, wer bringt dann das Essen, wer räumt wieder ab. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Themen, die noch gar nicht, sagen wir mal, ein Streitthema per se sein müssen, sondern einfach situationsbedingt auch sehen. Und natürlich, wenn man jetzt die situationsbedingten Dinge dann auch noch weiter anschaut, dann ist natürlich auch das Thema, was bekomme ich für ein Geschenk, ein ganzer Großes, das dann auch zum Streit und zur Frustration führen kann. Ja, entweder, weil ich nicht das bekomme, was ich wollte oder weil, weil ich etwas bekomme, was mir nicht gefällt, zum Beispiel ist auch ein ganz schwieriges Thema, das wir vielleicht alle kennen. Ja, das sind so typische Themen, die da Konflikte verursachen. Wenn es kracht, was kann ich tun, damit der Streit nicht eskaliert? Und ein Tipp, wie streitet man richtig? Also ich glaube, dass immer alle nicht davor gefeit, dass wir wirklich in die Situation kommen, dass wir sozusagen auch dem Streit nicht ganz entgehen. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, wenn wir uns vorher bewusst sind, einfach wie die Situation ist, dass wir einfach viel erwarten und dass das möglicherweise auch nicht erfüllt sein wird oder nicht erfüllt sein kann. Und dass es vielleicht einfach eine Gelegenheit ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die man irgendwie gern hat oder gern gehabt hat, wie auch immer, mit denen man einfach ein paar Momente genießen möchte. Also ich glaube, wenn man so mit einer Einstellung reingeht, dass jetzt nicht das ein großartiges Event sein muss, sondern auch, dass es auch sein darf, dass es nicht perfekt ist, dann hat man, glaube ich, schon ganz, ganz viel vorgebaut. Und in der Situation kann es natürlich immer wieder dazu kommen, dass man angegriffen wird oder dass ein anderer vielleicht grantig ist oder unzufrieden ist. Und da ist es gut, wenn man einfach versucht, in der Situation ruhig zu bleiben, sich zu denken, was, das ist wirklich ein Thema, das müssen wir ausreden, aber nicht jetzt. Das heißt, wir nennen das in der Psychiatrie, das machen wir auch bei psychisch erkrankten Menschen manchmal. Zum Beispiel, wenn sie an einen Kaufwahn denken, da sagen wir immer, wo die Leute ganz, ganz viel einkaufen, sie sollen versuchen aufzuschieben. Das heißt, ja, kann ich machen, wir können auch den Konflikt austragen, aber nicht jetzt. Es muss nicht jetzt in der Situation sein, wenn wir das morgen, übermorgen oder in zwei Wochen machen, ist der Konflikt immer noch da und wir können es immer noch diskutieren. Also das kann vielleicht so ein bisschen ein Tipp sein, wie man in so einer Situation auch hinauskommt. Und wenn man es gar nicht aushaltet, dann ist es auch gut, einfach einmal rausgehen in die frische Luft und eine kurze Pause machen, Luft schnappen und dann wieder reingehen in die Situation. Wenn es jetzt tatsächlich zum Streit kommt, wie streite ich richtig? Am besten ist, wenn man versucht, bei sich selbst zu bleiben. Das heißt, nicht verallgemeinern, nicht den anderen angreifen. Auch das kennen wir von uns, wenn ein anderer uns selber angreift, da wird man dann gleich aggressiv und sagt, man möchte sich rechtfertigen. Nein, das stimmt überhaupt nicht, das habe ich so nie gesagt. Und da ist es oft gut, wenn man einfach bei sich bleibt, wenn man sagt, mein Gefühl ist einfach, dass was auch immer, wie die Situation halt ist, dass wir das gemeinsam besprechen sollten. Einfach bei sich bleiben, von sich ausgehen und den anderen nicht angreifen. Dann tut sich der andere auch leichter, auch einzusteigen und natürlich umso mehr ich ein Angebot mache, dass sozusagen die Situation sich irgendwie friedlich im Gespräch löst, umso leichter ist es. Und oft ist es auch gut, wenn man gemeinsam, also wenn man zum Beispiel mit Partner oder Partnerin die Eltern besucht, als Beispiel jetzt, und man weiß, das ist sehr konfliktträchtig, dann ist es natürlich auch gut, zum Beispiel den Partner oder die Partnerin auch wirklich damit einzuweihen und zu sagen, du hör zu, wenn die Situation so ist, vielleicht können wir uns gemeinsam da so und so verhalten. Und dann hat man schon ein bisschen Unterstützung, dass die Situation nicht ganz eskaliert. Was kann ich im Vorfeld tun, um Konflikte überhaupt zu vermeiden, außer ihn einzuweihen? Gibt es da noch Geheimnisse? Und wann muss ich damit starten? Gibt es da einen richtigen Zeitpunkt? Naja, also wenn ich weiß, dass ein ganz grober Konflikt in einer Situation ist, also zwischen zwei Menschen ist, die ich jetzt zu Weihnachten treffe, also wenn ich zu dem Weihnachtsfest gehe und ich weiß mit einer Person dort, das wird nicht gehen, wenn wir uns anschauen, dann wird es schon zum Konflikt kommen, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Situation. Dann muss ich mir überlegen, möchte ich das wirklich machen? Weil jetzt muss man uns ganz ehrlich sein, das ist zwar schön, wenn man gemeinsam mit Menschen Weihnachten feiert, aber wenn das Menschen sind, wo ich weiß, dass es hundertprozentig zum Konflikt kommt und am Ende zu einer Frustration, dann muss man sich fragen, ist das das richtige Setting? Vielleicht braucht es ein anderes Setting oder vielleicht möchte ich die anderen Leute, die da dabei sind und die ich gerne treffen möchte, vielleicht in einem anderen Rahmen treffen? Ist ja auch eine Möglichkeit, das muss ja nicht am Weihnachtstisch vor dem Weihnachtsbaum Idylle sein, muss nicht sein. Könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, dann mache ich halt einfach mit meinen Eltern dann einen Spazierkampf, ich komme ein bisschen später vorbei, verbringe trotzdem Zeit, aber bin in dem Rahmen, in dem ich mich sicher fühle. Und das ist sicher sehr individuell abzustimmen, aber das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man sagt, man verschiebt das Setting überhaupt auf einen anderen Tag oder ladet dann selbst ein, wenn man dort nicht hinkommen möchte. Aber das ist natürlich von sehr vielen Befindlichkeiten auch geprägt, weil ja natürlich auch die anderen was erwarten von mir selber. Also das ist, glaube ich, sehr, muss man sich selber sehr, sehr gut vorher überlegen. Ein weiteres Thema, das Sie auch schon erwähnt haben, sind die Geschenke. Wie soll man reagieren, wenn das Geschenk gar nicht gefällt? Boah, das ist ganz schwierig, finde ich. Also vielleicht bin ich da jetzt auch die falsche Ansprechpartnerin, weil ich bin ganz ein direkter Mensch. Das heißt, ich sage dann immer gleich, oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Das kommt nicht immer so gut an, aber alle, die mich kennen, die wissen das schon. Aber wenn Sie vielleicht einfach jemand sind, der sonst, sage ich mal, nicht so direkt ist, dann ist es oft gut, dass man entweder, man kennt ja die andere Person, die einem was schenkt. Entweder sagt, danke, ich schaue mir das zu Hause genauer an und vielleicht gibt es dann auch eine Möglichkeit, das umzutauschen, sodass der andere es vielleicht gar nicht bemerkt oder dass man es in einer anderen, späteren Situation mit der Person bespricht. Oder natürlich, dass man einfach vorsichtig versucht, mit der anderen Person eine Möglichkeit zu finden, dass man sagt, boah, ja, vielleicht wäre einfach eine andere Farbe schöner oder vielleicht können wir da gemeinsam nochmal drüber reden, was mir gefällt. Also das ist, ich finde, das ist eine schwierige Situation, weil es immer mit einer Erkränkung der anderen Person, die sich wahrscheinlich viel dabei gedacht hat, verbunden ist, der man nicht ganz entgehen kann wahrscheinlich. Die Geschenke bringt ja bekanntlicherweise das Christkind. Wann ist aus entwicklungspsychologischer Sicht der beste Zeitpunkt, um dem Nachwuchs zu erklären, dass Mama und Papa hinter dem Christkind beziehungsweise dem Weihnachtsmann stecken? Naja, normalerweise sagt man das so im Volksschulalter die Kinder langsam auch zufällig erfahren, dass das Christkind sozusagen nicht mehr die Geschenke bringt. Das ist aber ganz unterschiedlich. Also das kann in der ersten Klasse Volksschule sein. Das kann aber auch sein, wenn die Kinder das auch gern noch so ein bisschen aufrechterhalten wollen, dass das durchaus noch bis nach der vierten Klasse Volksschule noch weiter anhält. Und man sollte es auch ein bisschen diesen Spirit und einfach dieses Märchen und dieses Schöne dahinter, glaube ich, wenn das die Kinder wollen selber, auch noch ein bisschen lassen. Das, was ja nicht sein muss, man muss ja nicht jetzt sagen wir mal eine Lüge aufbinden und sagen, was weiß ich, das Christkind kommt jetzt da herein und bringt die Geschenke. Das ist ja gar nicht notwendig. Man kann das ja einfach, sage ich einmal, diesen Glanz des Weihnachten einfach trotzdem lassen, aber eben das Christkind halt einfach noch ein bisschen mitmachen lassen. Aber gewisse Geschenke bringen halt auch die Erwachsenen und sind halt da auch dabei, weil man möchte sich ja auch beschenken. Also ich glaube, man kann es dann so langsam ein bisschen umschiffen und irgendwann ist die Enttäuschung dann gar nicht mehr so groß. Ein weiterer Weihnachtsklassiker unter den sensiblen Themen sind die lieben Verwandten. Was kann man tun, wenn man sich mit der Schwiegermutter überhaupt nicht versteht und doch mit ihr feiern muss? Ist es da besser, allein zu feiern oder zu hoffen, dass es in diesem Jahr besser wird? Ja, das ist natürlich, was heißt feiern muss. Das heißt, da geht ja dann wahrscheinlich der Wunsch des Partners damit einher, dass die Schwiegermutter auch dabei ist, weil sie vielleicht alleine ist oder weil man die Eltern sehen möchte. Und wenn ich diesen Kompromiss mit meinem Partner eingehe, dann muss man ehrlicherweise sich auch eingestehen, da muss ich die Situation auch irgendwie aushalten, sodass sie auch für alle einigermaßen schön ist. Wenn ich das nicht kann, dann würde ich empfehlen, von vornherein ein anderes Setting zu suchen. Es geht ja im Prinzip, warum versteht man sich mit der Schwiegermutter nicht? Da geht es ja ganz viel um, wem widmet der Partner mehr Aufmerksamkeit zum Beispiel. Da geht es ja um so Situationen, wo es ein bisschen um einen Konkurrenzkampf geht. Und das ist natürlich im Weihnachtssetting dann schwierig, weil das natürlich eine ganz spezielle Situation ist, wo es wieder um Aufmerksamkeit geht. Wer hat da mehr Aufmerksamkeit? Wer kriegt vielleicht das schönere Geschenk? Und das ist natürlich eine Situation, die mit Streit verbunden sein kann, wenn es dazu kommt. Also ich bin der Meinung, da muss man sich vorher sehr gut im Klaren sein. Und man kann natürlich auch ein Setting festlegen, wo man sagt, okay, passt, wir haben halt vielleicht nur eine Stunde, wo ich dabei bin und dann mache ich was anderes oder bin ich nicht mehr da oder komme später so irgendwie in die Richtung, sodass man sich einigermaßen so einteilen kann, dass man es gut aushält. Wie schaut es mit den Patchwork-Familien aus? Manche Kinder wünschen sich, mit den Elternteilen allein zu feiern, die neuen Partner lassen sich aber kaum abschütteln. Was soll man da tun? Also in manchen Settings, muss man sagen, funktioniert es ja auch wirklich tatsächlich gut. Und wenn man es jetzt aus der Perspektive der Kinder betrachtet, ist das natürlich eigentlich wirklich das schönste Setting, wenn jeder Partner, also jeder Elternteil einen neuen Partner oder Partnerin hat und wenn man gemeinsam feiern kann. Das wäre ja wirklich, sagen wir mal, die Idyll-Lösung, wenn das so klappt. Oft ist es halt so nicht, weil die Partner, die ursprünglichen Partnerinnen dann auch einen Streit beginnen und dann habe ich sozusagen noch die Patchwork-Partnerinnen dabei. Das ist eine schwierige Situation. Andererseits, es ist die Frage, warum wollen die Patchwork-Partner eigentlich dabei sein, wenn sie nicht erwünscht sind? Also diese Frage muss man sich wahrscheinlich stellen. Und da geht es vielleicht ein bisschen um die Angst, dass die ursprünglichen Elternteile vielleicht sich wieder näher kommen in so einer eigentlich sehr schönen Situation wie Weihnachten. Ich glaube, man muss es offen ansprechen. Also wenn es gar nicht passt, dann muss man das vorher besprechen können in einer guten Beziehung. Und wenn man sich darauf einigt, dass man mitkommt, dann ist die Situation, dann ist es einfach so. Da müssen das alle so hinnehmen und akzeptieren. Was ist, wenn sich die Kinder wünschen, dass die neuen Partner zu Hause bleiben? Was tue ich dann? Ja, auch das ist natürlich, das ist, erstens ist Weihnachten dann nicht nur, ist nicht nur Weihnachten für die Kinder, sondern das ist ja ein Fest für die Familie. Das heißt, da wird es einfach in irgendeiner Form einen Konzert geben müssen. Und auch da kann ich nur sagen, wenn das wirklich so ist, ist, dass die Kinder sagen, sie wollen das überhaupt nicht. Ich finde, da muss man einen Kompromiss finden. Also dass man dann sagt, okay, das ist mir alles egal und der kommt einfach mit und die Kinder weinen dann, dann ist das keine gute Situation. Dann braucht es auch entweder eine Kompromisslösung, dass man sagt, man macht einen Teil alleine mit den Kindern und dann kommen die Partnerinnen nach oder umgekehrt. Oder man bespricht es mit den Kindern und findet ein anderes Setting. Wenn ich jetzt Weihnachten unfreiwillig allein verbringe, wie komme ich emotional am besten über die Feiertage? Ja, das ist sehr, wenn man alleine ist, ist es zu Weihnachten manchmal wirklich, sage ich jetzt einmal so, dass sich, glaube ich, viele Menschen einsam fühlen. Und das, was man schon sagen muss, da hat auch die Stadt Graz zum Beispiel sehr, sehr viele Angebote, wo man gemeinsam mit anderen, die auch alleine sind, auch feiern kann. Also da braucht man nur in der Zeitung schauen oder auch in den Kirchen gibt es sehr, sehr viele Angebote, wo man Gruppen finden kann, die alle möglichen traditionellen Weihnachten feiern, vom nur zusammensitzen und jeder bringt was mit bis hin zu, dass es dort auch was zu trinken oder zu essen gibt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man selber sozusagen aktiv wird und versucht, Menschen, denen es nicht so gut zu helfen an diesem Weihnachtstag. Also auch das ist eine Option, dass man sozusagen dann seine Zeit für jemanden anderen schenkt. Also da kann ich nur ermutigen, ein bisschen zu schauen im Internet, in den Zeitungen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viel Angebot und niemand muss alleine zu Hause sitzen zu Weihnachten, wenn er das nicht möchte. Frau Professor Reininghaus, was tue ich jetzt wirklich, wenn ich ganz allein ankomme, nicht mobil bin und wirklich nirgends hinkomme? Weihnachten ist ja ein Fest für alle. Das heißt, Sie dürfen auch alleine Weihnachten feiern. Das ist etwas, Sie dürfen es sich da ganz schön machen und sich auch gut gehen lassen. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie alleine sind. Schalten Sie sich eine schöne Musik ein, schauen Sie, dass Sie sich vielleicht eine gemütliche Decke herrichten, dass Sie sich vielleicht etwas zu essen richten. Das muss nichts Teures sein, sondern etwas, was Sie gerne haben, wo Sie sagen, okay, da richte ich mir vielleicht ein bisschen was Bekanntes und ein bisschen was Süßes her. Wenn Sie gerne einen Film schauen, dann überlegen Sie sich vorher, was könnte man vielleicht im Fernsehen anschauen. Schön ist auch, wenn man sich trotzdem ein kleines Bäumchen und wenn das nur ein kleines Tischbäumchen ist, herrichtet, wo man einfach vielleicht ein Kerzerl anzündet. Das macht einfach eine gute Stimmung. Und das, was wir schon wissen, gute Stimmung bekommt man immer dann, wenn man sich selber positive Momente hervorruft und herbeischafft. Und das kann man selber ganz aktiv mitgestalten. Und ja, das würde ich Ihnen sehr wünschen, dass das jeder von Ihnen auch selber für sich selber machen darf und kann. Wie schaut es bei Ihnen auf der Klinik aus zu Weihnachten? Sind Sie voll? Kommen relativ viele Leute, die Hilfe brauchen? Also auf der Psychiatrie ist es meistens so, dass vor Weihnachten die Patientinnen sehr gerne nach Hause gehen wollen. Und da merkt man auch in den Ambulanzen, dass manchmal die Frequenz ein bisschen abnimmt. Und dann merkt man eben, sobald die Weihnachtsfeier per se vorbei ist, dass dann erstens durch die Konflikte, die wir ja heute eh schon ein bisschen besprochen haben, aber auch dann, wo eben sozusagen die Anspannung und die Vorfreude und das wieder weg ist, wo dann sozusagen oft dann wirklich wieder die psychische Symptomatik in den Vordergrund kommt und dass dann eher, sage ich einmal, viele Menschen sich auch mit psychischen Problemen an uns wenden. Also so war es zumindest in den Vorjahren. Man kann das nie so genau sagen. Letztes Jahr war ein Jahr, wo sehr, sehr viel los war, auch über die Weihnachtsfeiertage. Also ich glaube, das ist etwas, was sich vielleicht auch verändert über die Zeit. Um nochmal zurückzukommen auf die Depression und auf das Alleinsein. Wenn ich jetzt die ersten Anzeichen bemerke, zu den Feiertagen, was mache ich, wo gehe ich hin? Also depressive Symptome äußern sich normalerweise, indem sich die Stimmung verschlechtert. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr so freuen wie früher. Ich habe weniger Energie. Das heißt, der Antrieb ist schlecht. Und dann gibt es eben noch diese Freude und Interesselosigkeit. Das heißt, Dinge, die mir früher Spaß gemacht haben, die interessieren mich eigentlich nicht mehr und denen möchte ich nicht mehr nachgehen. Und zusätzlich vielleicht ein Symptom, das man relativ leicht merken kann, ist, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Ich kann nicht mehr ein Buch lesen oder kann keine Zeitung mehr lesen und bin sehr hoffnungslos und negativ. Das wären so Anzeichen einer Depression. Wenn das über einen längeren Zeitraum, das heißt über mindestens zwei Wochen, meistens muss man sagen, ist das dann auch wirklich über mehrere Wochen anhaltend, wenn das da ist, dann kann es schon sein, dass man von einer Depression ausgehen muss. Und was kann man machen? Einerseits kann man natürlich selber versuchen, einerseits mit Gesprächen in seinem Umfeld oder auch mit Therapeutinnen zu versuchen, eine Strategie zu finden, wie man sozusagen sein Leben wieder in eine positive Richtung bewegt, eben positive Reize setzt, Menschen trifft, die man gern mag, versucht seinen Schlaf wieder zu regulieren mit pflanzlichen Mitteln. Nur manchmal reicht es dann auch nicht aus. Und dann kann ich nur empfehlen, dass Sie wirklich auch eine Anlaufstelle ansuchen, aufsuchen, sei das jetzt, dass Sie wirklich in eine Akutambulanz einer Psychiatrie kommen, die ja 24 Stunden lang geöffnet haben, oder dass Sie auch zum Beispiel psychosoziale Zentren aufsuchen, die ja auch unter der Woche geöffnet haben. Es gibt auch das Krisentelefon, das jeden eigentlich 24 Stunden offen hat, oder die Telefonseelsorge. Also es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen, wo man ganz niederschwellig auch hingehen kann oder auch einmal anrufen kann. Und oft kriegt man da schon wertvolle Tipps, wie es weitergehen kann. Frau Dr. Reininghaus, zu den Feiertagen gönnt man sich eher zunehmend ein bisschen Essen und ein Glas Glaserl, guten Wein oder ein Sekt. Kann man Stress und Einsamkeit durch ein zusätzliches Glaserl bekämpfen oder wird es dadurch nur schlimmer? Also wenn Sie ein Glas trinken und dann noch ein zusätzliches, dann wird es bei den meisten Menschen so sein, dass das völlig in Ordnung ist, auch zu Weihnachten. Wenn es jetzt schon vorher ein Alkoholproblem gegeben hat, das heißt, wenn Sie eher dazu tendieren, dass Sie sowieso viel zu viel trinken und leicht in das hineinkommen, dann ist das natürlich ein bisschen kritischer zu bewerten. Aber ich sage jetzt einmal, wenn vorher jetzt keine Thematik vorliegt, dass Sie in irgendeiner Form alkoholabhängig sind, dann ist das etwas, was man durchaus auch an einem Weihnachtsfeiertag machen kann. Das, was man nicht vergessen darf, weil wir heute schon ganz viel über Streit und Krisen gesprochen haben, natürlich enthemmt der Alkohol. Das heißt, Situationen, in denen es sowieso eher zu Streit kommt, wenn dann die Leute noch trinken oder auch nur ein paar Gläser trinken, dann ist es natürlich so, dass es eher dann dazu führt, dass man auch so Streitgespräche in Gang bringt und dann da vielleicht auch nicht so eine ganz kompromissvolle Lösung in der Situation findet. Also was kann ich jetzt empfehlen? Durchaus genießen, das darf durchaus sein, aber genießen Sie auch einfach ohne Alkohol oder ohne zu viel Alkohol den Moment, weil Weihnachten ist ja auch in Wirklichkeit auch ein ganz schöner Tag, der es auch sein darf. Liebe Frau Prof. Reininghaus, noch einmal kurz zusammengefasst, was sind Ihre Tipps für Weihnachten ohne Stress und Streit? Ja, das Wichtigste ist, denke ich, dass Sie sich vorbereiten. Das heißt, dass Sie für sich selber wissen, was kann ich mir erwarten? Mit wem möchte ich Weihnachten feiern? Wie lang möchte ich die Menschen, mit denen ich Weihnachten feiere, auch treffen? Und natürlich auch, dass Sie selber auch ein bisschen Zeit für sich einplanen. Das heißt, dass das auch ein Wohlfühlmoment wird, Weihnachten für sich selber. Das heißt, wo Sie ein bisschen auf sich schauen, wo Sie sich Gutes tun und vielleicht auch die Erwartungen gar nicht zu hoch stecken. Das heißt, wenn die Dinge nicht hundertprozentig so laufen, wie Sie sich überlegt haben, dass Sie tolerant mit sich selber sind und das dann auch in Ordnung ist und trotzdem ein schöner Tag sein darf. Liebe Frau Dr. Reininghaus, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr nettes Gespräch. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in drei Wochen. Bis dorthin bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum. Bis zum nächsten Mal.